Herzlich Willkommen zurück Leute, Rainbow Six Siege mit den üblichen Verdächtigen vom letzten Mal und auf der deutschen Map. Guten Tag. Hallo, wir sind's. Willkommen in Hamburg. Einen schönen Land. Kaput, oder? Ja. Wie ist die Nationalhymne von Hamburg? Hamburg, du meine Stadt. Hamburg, du meine Stadt? Ja. Und wie geht das? Vor allen Dingen Nationalhymne. Ja, deswegen, das war ja die Frage. Ja natürlich weiß ich, dass das keine fucking Hymne hat. Aber was soll ich dir... Ah, das ist keine Hymne? Nein, warum soll Hamburg ne Hymne haben? Ja, Hymne, es gibt schon Landeshymnen, also Länderhymnen in den Sinne schon, aber halt keine Nationalhymne. Ja eben. Nationalhymne ist halt ein großes Land. Ja eben, aber soll ich dir schon lustiger nennen? Nee, nee, nee. Nee, du sollst das Winger nicht. Nee, du sollst das Winger nicht. Nee, ich sag dich doch. Ja, ich hab doch... Sollen wir hier einen Dropper reinmachen? Ja, nein. Warum ein Dropper? Warum ein Dropper? Ähm, durchgang. Das sind die Leute, die in dem Raum bleiben. Das ist auf jeden Fall ein Problem. Ich denke wir sollen da einfach reinmachen, ja. Das würde ich kaufen auf DVD. Ja? Acht Stunden Version. Ich mach da jetzt mal ein Loch rein, gib mal von der Wand weg bitte. Kapuze weg da. Okay. Achso, du willst ein Loch machen? Okay. Hat er grad gesagt, ja. 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 Sachsen ist doch ein ekelhafter Mensch, Mann. Hambo, feiner Stadt. Die kommen hier, Doppeltür. Also bei mir auf der Seite. Wo ist da lo? Da hinten. Achso. Wo ist du da hinten? Ein Schild down. Schön. Blitz oder Montagne? Äh, ich glaub ich hab das bessere Schild gedownt. Wir haben zwei. Holy fuck, die sind schon da oder was? Haben wir? Haben wir hier aufgeschlagen. Ich will nicht mehr sagen, wie krass das gerade war. Ja. Oh, bitte mit. Ja. Ja. Hab ich gesagt, dort ist offen. Ja, ich war auch auf der Flucht. War noch im Schock. Im Schock. Okay, hab hier nicht mehr viel Schutz. Du hast das Finster auch aufgeschossen. Naja, aber, oh, da ist er. Aber da wollt ihr ja grad da eine Fuseladung dranlegen. Düsseladung drin, vom anderen Fenster. Also sprich von der, was ist denn das hier? Nordcoast. Oh, hier steht in der Richtung. Was war denn das? Was ist denn jetzt aufgegangen? Ich hab raus mit der Tür aufgemacht. Da war aber keiner. Fuck, fuck, fuck. Ja, wo sind wir? Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay, alles gut. Ich glaub eins hat er noch, oder? Jo. Ich würde hier eigentlich gerne aus der Ecke raus, aber. Hapse, 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 hapse. Uh. Er ist down. Lass ihn näher kommen dann. Aber hier muss noch irgendwo was sein. Einer auf jeden Fall auf der Seite könnte auf dem Dach sein inzwischen. Da hab ich vier trappen was, oder? Einer ist im Darn. 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 Treppe. Treppe ist ein Schöne... Er sieht aus wie Blitz. Lalu er ist oben. Ok. Wie der an der G historie vorbeigekommen ist, weiß ich nicht. Vielleicht haben die den einfach auf den Boden geflassen. Nee, nee die có stand noch. Also ich hab die vor dem Blitz sozusagen gelegt, damit ich weiß, wenn man da vorbeigeht. geht, aber die hat er nicht ausgelöst. Weißt du, was ich mir manchmal denke? So, wenn wir in, sagen wir, wir würden in Wirklichkeit in so eine Situation gesteckt werden, würden wir, klar, Waffenumgang ist anders, aber das taktische Denken, hätten wir das in Wirklichkeit auch so wie da? Der Vorteil wäre, dass ich das wesentlich bessere Aiming hätte und kein praktisches Denken brauche, da wären die easy. Hast du einmal im Leben schon richtig geschossen? Da muss ich mich nicht auf den schlechten Netcode verlassen, ja? Da kann ich nämlich selber schießen. Kein Problem, selbst mit einem Nerfgun hätte ich ihm zwischen die Augen geschossen. Da würde mein Bein nicht durch die Wand litschen, vielleicht schon. Da guck mal, da sind schon welche Mad-Clan-mäßig, obwohl das muss ein Fehler gewesen sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Alex hat doch eh wieder Chat an, der kann uns sagen, was los ist. Da sagt keiner was von denen. Ich könnte jetzt no dead schreiben. Was ist no dead? No dead. Nicht sagen, du schlafft Kapuze nicht. So, das haben wir jetzt noch nicht die Schrauben. Nein. Kannst du uns nicht sagen. Wenn du Videos nicht guckst, bist du selbst schuld. No dead. Kapuze ist das auch no dead. Hey, warte mal, wer bin ich denn jetzt? Die habe ich gar nicht ausgewählt. No dead bist du. Ja, offensichtlich schon. Ich habe Pizza immer vergessen. No dead. Du, wollen wir hier über die Leder oder was? Ja. Über die Leder. Über die Leder. Über die Leder. Über das Leder. No dead. Da ist ein Reden. Der ist direkt vor mir. Da, dann auf dir. Alex, schau mal, wo ich hinschaue. Geht gerade nicht. Da hinten. Die ist links weg. Ja, ich glaube, ganz rechts gesehen. Hä, der ist jetzt wieder direkt vor mir. Wie schön, Alex. Jupp, danke, hat mir die Türke. Ich habe 70 Punkte für eine Dingens bekommen. Da sind viele Sachen kapuze. Ich habe ihn doch. Ja, hast du. Ja, du Hakelke. Ist das safe oder nicht? Safe, ist safe Kapuze. Okay. Null. Roffel. Jetzt geht das wieder los. Roffel. Vor mir hier wieder rum. Die haben Rotation Hall auf jeden Fall. Ich bullstehen, ich bullstehen, ich bullstehen. Ich stehe direkt vor mir. Habe ich, habe ich angesagt. Ja, dass er vor dir stand. Ja, stand so weiter vor mir. Ja, der pusht doch nicht. Ja, ich bin auf dem Weg. Alter, das ist ein Grubelhaufen, das ist der Sachse. Aber jetzt bräuchte ich, oder? Ja, ich bin auf dem Weg. Habe, 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 easy. Denk an die Nadel. Ja, ja, konnte ich ja gerade nichts machen. Zwickt. Wo ist denn euer Pickup? Geh vor. Warte, ich war. Haben. Sagst du, willst du noch weiter vorgeben? Ich habe nur noch 8 HP. Ich versuche zu blenden. Kann ich blenden? Ne, merke ich klar. Wo ist die Bombe? Achso, hey, ich dachte, ich habe die eigentlich aufgenommen. Ich mache Rotation Hall dicht. Ich habe nur noch 8 HP, wie gesagt. Muss reichen. Daherum sag bei mir, wo ich gepinkt habe. Halt durch. Hey, beschützt du mich? Ah, er ist weitergelaufen. Der rennt jetzt. Der rennt jetzt zu dir. Ich beschütze jetzt krass die Bombe. Der rennt jetzt zu dir, Sachse. Bombe ist safe. Ja. Und? Der ist schon drin. Ja, ja. Sehen wir nicht. Kannst du nicht einfach. Are you fucking kidding me? Hm. Hat gut funktioniert. Er hat noch nicht mehr viel da. Ein Schuss und der ist weg. Er hatte ja noch nicht den Fused. Achso. Ich dachte, du wärst die ganze Zeit immer mehr. Ne, ich bin nach draußen gerannt und habe meine letzte Fused-Leitung ans Fenster gehängt. Hast du noch gesehen von meinem Spot oder nicht? Nö. Ich wollte wissen, ob das bleibt, wenn ich sterbe. Glaube schon, aber ich hatte da nicht drauf geachtet. Ich hatte die Bombe im Blick so kurz geguckt, aber den Fused und dann... Sonst werde ich abgehauen. No dead. Ne, das ist nicht richtig. Ich hab no dead. Das ist falsch. Das hört sich an wie keine Ahnung. Julie liest bei TTT irgendwas komplett falsch vor. Kennt ihr diesen Nazi-Film im Schnee? Oh Gott, wie heißt denn der? Mit den Dinosauriern? Ne, 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 mit dem Nazi-Gold und den Zombies. Nazi-Zombies im Schnee. Ja, irgendwie sowas, ja. Ja, im Original heißt der ja Dots No. D und D. Echt? Das ist ein spätischer Film, ja. Dots No. Oder irgendwas, ne? Dots No. Da kommt das No. Ne. Warum erzählst du mir denn die Scheiße? Einfach so. Ne, da. Das ist falsch kaputt, ey. Das ist ein Quatsch, ey. Das ist ein Quatsch, ey. Quatsch, Kopf. Quatsch, Kopf. Da ist er, der Drone, jeje. Was? Machst du bitte eine Höhle? Eine Höhle? Eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Eine Höhle. Warum soll die eine Höhle machen? Ja, wir müssen rotieren können. Ne, ist ein Affe, nee. Du bist ein Affe. Du bist ein Affe. Ich behalte mich. Geh in die Höhle. Hui, hui. Eine Höhle. Die Höhle sind die Fremden. Die Höhlen sind die Fremden. No. Da. Daher kommt das Ne. Was ganz anderes. Wir sind Baustelle gespawnt. Ich guck ein bisschen in die Ferne. Was ist da so? Häuser. Achtung, Grenzloch. Guck, 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 guck. Was war das für ne Aktion von denen? Ne, ich hab das Fenster dahinter. Daneben. Warum ist der Dropper auf? Conan, was ist passiert? Der ist reingekommen, hat Kapuze erschossen und dann hab ich ihn gekillt. Danke. Das ist halt spannend. Wiese Träger, Alex. Ja, Fenster und Rauch. Das Ding kann ich eigentlich mal aufmachen. Die Höhlen macht sich nach ihm die Hölle heißen. Gift bereit. Ja, Schild ist weg. Ist gedowned, ist down. Draußen am Fenster dürfte aber noch einer sein. Ja, ist nur noch einer. Alter, mir juckt der Rüssel. Was? Das wollte ich nicht wissen. Nase. Nase, du Knapp. Wow, 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 wow. Die sind hier schon drin, irgendwie. Wegen der Höhle. Alter. Ich hab hier irgendwie ein Problem. Ich heile mich an. Braucht jemand Heilung? Ja, aber... Ja, aber... Ja, wo bist du? Ja, nein, wir haben keine Höhle. Also kann ich jetzt irgendwo zu dir rüber. Gunnar, was ist denn mit dir los? Ja, ich bin fullflashed. Ja, genau. Renn weg, wenn ich dich heilen will. Du bist du ein Klapser hoch 19, Alter. Ich musste jemanden helfen. Heil mich, sagste. Kann grad nicht. Ich häng hier grad alleine fest. Ich meine. Oh, guck mal. Ich hab no dead. Der Rüssel, ey. Das heißt, dass du kein eigenes Mal gestorben bist. Nee, 6-0-0. Nee, 6-0-0. Das ist die Nummer von no dead. Ja, ja. Das ist die Nummer von no dead. Ich juck der Rüssel. So, eine schöne Runde. Stell dir vor, dass sagst du. Rain no six. Schau mal vorbei, dass es gleich der Bisschen immer als gut schaut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.